Ein herzliches Willkommen ihr Lieben da draußen und ja, heute hier bei LS22 Family, dem Zero-RP-Projekt. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben den Traktor hier, wir haben den Traktor wieder hierher geholt, der ja verunglückt ist. Ja, der ist ja verunglückt so ein bisschen. Ja, den Anhänger konnten wir leider nicht mehr retten. Da ging nichts mehr zu machen. Legend of Bia, grüß dich, grüß dich, mein Lieber. Boah, da hast du ein D10er gelesen. So. Ja, wir konnten, also die Nacht war jetzt echt scheiße. Wir haben auch nicht viel geschlafen. So. Das ganze Zeug liegt noch irgendwo rum auf dem Feld. Der Traktor hier, der hat wirklich... Das ganze Feld liegt wohl noch irgendwo rum, sagst du? Oh, jetzt bin ich erschrocken. Mich? Junge, Junge. Ja. Oh, moin, grüßt euch. Ach, hier seid ihr alle. Moin. Ach, das war eine Nacht, oder? Der Unfall und alles. Brrr, naja. Mhm. So, aber ich habe jetzt mal, guckt mal her. Ich habe jetzt den Traktor mal so weit, so weit wieder ein bisschen ausgebeult. Ja. Also der fährt auf alle Fälle noch. Das Problem ist ja, dass das ja nicht unsere ist, ne? Ui. Ja, stimmt. Ja, es ist ja nicht unsere. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Passt auf, und zwar... Ja. Ich habe heute früh mein E-Mail-Fach gecheckt. Da war übelst viel Zeug drin, was wir machen sollen, können, dürfen. Ich gehe es mal mit euch durch. Passt mal auf, kommt mal mit. Und zwar hat gestern Abend, spät noch, das haben wir gar nicht mehr mitgekriegt... Oh je. ...hatte statt Kies bei uns hingeschüttet. Was? Also nicht bei uns, sondern hier beim Nachbarn. Ihr wisst doch, dass der Viehhändler bauen will, ne? Ja. Ja. Guckt mal. Da haben die gefragt, weil das ja bei uns liegt, das sind hier Stadtfahrzeuge, ob wir den Kies zum Viehhändler fahren könnten. Mhm. Das wäre die eine Sache. Äh, dann hatten wir... Ach so, dann stehen doch beim Händler diese Baustellen-Sachen, ne? Diese Lampen und sowas. Da hat mich der Viehhändler gefragt, weil er uns ja jetzt immer mal den, 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 sag ich mal, Teleskoplader ausgeliehen hat, einfach so, ob wir die Sachen nicht mal irgendwie rüberfahren könnten. Mein Kunde. Ja. Ob wir die Sachen nicht mal rüberfahren könnten zu ihm. Dann haben wir, dann haben wir zwei Aufträge düngen. Da wäre nämlich irgendwie vom, vom, vom Huber-Bauer, wäre irgendwie der Traktor kaputt gegangen auf der, also Flurstück 122 haben die gesagt. und Flurstück, äh, zwölf. Maschinen und, 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 und Dings steht alles bereit. Also Maschinen und Dünger steht drüben beim Händler alles bereit. Ja. Da muss wohl auch der, der kaputte Traktor, da hat's wohl eine Kolbenwelle und alles zerschossen. Mhm. Äh, der muss wohl auch noch am Feld stehen oben. Okay. Das muss ein großer John Deere sein, irgendwie. Ja, und dann müssen wir noch, dann müssen wir beim Händler stehen noch, äh, Kalk und Saatgutpaletten rum. Und natürlich auch hinten beim Viehhändler, das müssen wir natürlich auch noch irgendwie verladen. Das wäre wichtig. Was denkt ihr mit, was fangen wir denn an? Äh, ehrliche Antwort? Ja. Irgendwo mittendrin, da war ich mal kurz raus. War jetzt echt viel. Okay. Wollen wir vielleicht erstmal die Steine machen und alles, was mit dem Viehhändler zu tun hat, erstmal abarbeiten. Das können wir machen. Also Kalk. Wenn wir einen Viehhändler erstmal fertig. Also Kalk und so fahren. Dann die Steine laden. Die Steine fahren, ja. Ja, das wäre vielleicht dann. Oder gleich die Steine fahren und. Gleich rüber fahren, ja, ja, nicht klar. Ja. Ja, ja, klar. Ich würde da mal, ähm, wer will denn von euch laden? Mike, du? Oder nicht, oder? Ey, ich würde Schlepper fahren. Du würdest Schlepper fahren. Willst du laden? Ich würde Schlepper fahren. Ich würde mal laden wollen, ja. Okay. Äh, dann würde ich mir jetzt den C-Tor schnappen. Und rüber zum Händler rasen und den Anhänger noch holen, damit wir das hier schnell wegkriegen. Jo. Na? Gut. Gut, alles klar. Da hören wir uns im Funk. Wir hören uns im Funk. Bis später. Gut. Bis später. So, meine Lieben, so sieht's aus. Sehr schön. Das ist auf alle Fälle erst mit dem Plan. Ähm, da hol ich mir jetzt den C-Tor schnell mal. Ah, wartet mal, ich will mal noch schnell was machen, ja. So, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Zack und zack. Okay. Seid ihr im Funk? Ja. Ah, perfekto. Die Steine, äh, Mike, bist du auch im Funk? Ja. Oh, sehr schön. Hier, Mike, wenn du Schlepper fährst und die Steine rüber zum Viehhändler fährst, der hat gesagt, du sollst die mal irgendwie so kippen, dass unsere Sachen nicht noch mit irgendwie da mit rein, weißt du? Dass du die ein bisschen an die Seite kippst oder so. Aber nicht direkt beim Viehhändler, sondern dort, wo unsere Sachen, wo wir verladen haben, weißt du, wie ich meine? Nee. Also, wie ist das? Äh, fahr mal ein Stück vor, Mike, bitte. Also, der Radlader ist selbstfahrend bei dir, ne? Ja, aber die Steine stehen direkt davor. Ich fahr da nicht die tausend Kringel. Die Steine stehen davor. Okay, gut. Ähm... Oh, das ist aber ein schöner Anhänger hier. Ihr zwei? Ja. Ich hab gestern... Nee, Quatsch. Heute früh. Oh, ich bin schon völlig durcheinander. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier. Ähm... Was? Du kannst dich konzentrieren? War ja jetzt Abend zu spät. Ich hab heute schon noch mit Rumi telefoniert. Mhm. Na, also, sie ist sehr eilfroh, dass es dir gut geht, Mike. Soll sie begrüße sagen. Und, wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie will sich jetzt öfter mal auch bei euch melden. Bei uns? Ja. Ja, ist doch schön. Ja. Freut mich. Freut mich sehr. Hab ja... Sag mich mal. Hab ja Ewigkeiten, von der nix gehört. Ja, sie ist halt auch viel mit ihrem Studium beschäftigt, ne? Na, ist klar. Und als Teenager hat man nun mal... Andere Flausen im Kopf. Andere Flausen im Kopf. Aber die freut sich sehr, dass ich mich hier so einfuchse. Und das ist mein Familienzinn wiederkriege. Und da willst du sich eine Scheibe ein bisschen abschneiden, sagst du. Echt? Mhm. Der hat es wohl gefallen, dass du hierher gegangen bist, oder was? Ähm... Ja, wir haben jetzt relativ oft... Also wir telefonieren ja sehr oft. Und... Ja, gefällt's, dass wir so gut zusammenarbeiten. Und dass es so weit funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Aha, okay. Aha. Ja, unser Maik, der hat ja nie so diesen ganz krassen Familiensinn gehabt, ne? Äh, ich höre gerade nicht mehr ab. Ich sag, unser Maik hat ja nie so den ganz krassen Familiensinn gehabt. Ja. Oh, sieht doch aber gut aus. Bist du so ein Ding schon mal gefahren? Ja, ne, so eben noch nicht. Ja, du weißt doch, was wir früher hatten. Bei unseren Eltern. Ja, das konntest du ja auch vergessen. Ja. Hä? Hä? Sieh zu, dass du dich hier verpisst von meinem Traktor-Freundchen. Gibt ja gar nicht. Oh, die Portwand, die Portwand. Ich krieg's aber nicht höher. Hat das dein Ex auch gesagt, der kriegt sich höher? Ha. Na ja, sag mal was dazu, Nathalie. Wer hat was gesagt? Sag's nochmal, Maik. Nee, nee. Maik, soll ich's nochmal? Maik, ich verstehe Maik ganz schlecht heute irgendwie. Maik hat gesagt, äh, ob dein Ex das auch öfters gesagt hat mit dem Hochkriegen. Ich krieg's nicht höher. Ach ja, was soll ich denn da drauf jetzt sagen? Ich weiß nicht. Die Wahrheit. Ich glaub nicht, dass ihr euch, äh, dass ihr Details über das Sexleben eurer Schwester wissen wollt. Äh, nee, ich nicht. Ja, siehste. Ach so, das kommt aus an, was für Geschichten da jetzt rauskommen. Hier mal ne sinnvolle Frage, Maik. Wie voll ist denn dein Anhänger? Weiß ich nicht. So, das muss ich halb voll, will ich sagen. Mhm, mhm, mhm. Sieht aber gut aus, Nathalie, muss ich sagen. Machst eigentlich ne ganz gute Figur mit dem Ding. Ich hab immer ne gute Figur. Ja, 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 du musst, oh, ja, ja, du musst aufpassen. Du darfst ihn nicht zu hoch machen, weil der hat Knicklenkung. Nett, dass du den umhaust noch. Äh. Ey, Mick. Ja? Ich, ich, ich hab da ne ne guten für dich. Ja? Wie nennt man einen, einen Delfin mit Unterhose? Das weiß ich nicht. Einen Slipper. Ja, der ist gut. Der ist echt gut. Äh, nee, mit euch. Ich hatte vorhin einen guten, den weiß ich nicht mehr. Kommt da mehr drauf? Hm. Du müsstest aber schon ziemlich voll sein jetzt, ne? Ja, immer, immer mit der Ruhe, junger, junger, junger Padawan. Ja. Ja. Hat er war ihn vor allem. Äh, nee. Also irgendwie, ich weiß nicht, heute spinnen diese, diese, diese Lichter, das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Bist du voll? Äh, ja, ich glaub schon. Ja, dann mach bei mir rein. Wärst du schon mal rüber? Ich dachte, wir fahren schön gemütlich im, in, in, in Konvoi darüber. Gott. Können wir machen, ja. Ja, dann warte ich, dann darfst du vorfahren. Ja. Mal sehen, ob der das hier schafft überhaupt. Sag mal, kriegen wir das alles weg mit einmal? Äh, nein. Aber ich hab gutes Geld rausgehandelt, ne? Für uns. Wie viel denn? Naja, das ist ja Stadt, ne? Die, die, die Stadt unterstützt das ja alles. Ja. Und für diese einfache, für diese einfache Arbeitsleistung haben wir jetzt 15.000 Euro. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist eigentlich ganz geil, finde ich. Ja. Und die Baustellen-Sachen vorn, also diese, diese Lampen und sowas, das würde dann so sein, dass wir das umsonst zwar machen, aber eigentlich auch nicht, sondern wir dürfen uns den, 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 ähm, ich komm immer nicht drauf, den Teleskop-Lader dürfen wir uns dann immer ausleihen, wenn wir ihn brauchen. Ist er voll? Äh, nee, nee, noch nicht. Patrick, da hast du recht, ja. Eine Stadt würde niemals so viel Kohle bezahlen. Aber wir sind ja in einem Spiel. Welchem Spiel? Mike, ist das nicht alles ein Spiel? Ein großes Spiel. Das ganze Leben. Das ganze Leben ist ein Spiel. Genau, 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 ich wollte es gerade sagen. Wie war das her? Wir müssen raten, raten, raten. Und wir sind nur die Kandidaten, ne? Ach so. Und wir raten, raten, raten. Genau, und wir sind nur die raten, raten, raten. Oh Gott. So, wie lange brauchst du jetzt noch? Du durftest eigentlich fast voll sein bei mir. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Lass mal ein bisschen runter noch. Nee, anders. Ja, und jetzt ein bisschen runter. Einen Arm. Probier mal. Ja. Das war zu steil. Ja. 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 So, ne fein. Jo, ist voll. Jo. Du kannst ja, wenn wir jetzt da drüber fahren, ne, hast du ja erstmal gerade nichts zu tun. Ja. Du könntest ja vom Händler mit der Sämaschine schon mal das Saatgut holen, was meinst du? Hm. Hab ich noch einen Traktor hier stehen, ja, ne? Ja, ja, oben den, 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 den New Holland, den ich, den ich wieder gerichtet hab, das passt schon so weit. Ja. Welchen New Holland? Hä? Das ist ein Valtra. Hä? Den wir haben, oben in der, in der, in der, in der Dings stehen, in der Werkstatt, das ist New Holland. Ja. Das ist ein Valtra. Das ist ein Valtra? Ja. Okay. Äh, die Grafik vom Spiel updaten, ähm, na, ich hab heute meine Shader leider nicht drin, ne, weil ich die Grafikkarte upgedatet hab und da haut's mir immer die, die Shader raus. Weil sonst ist meine Grafik eigentlich immer um einiges besser. Aber heute hab ich die Shader nicht drin. So, na gut. Ähm, dann fahren wir mal. Was sagst du denn zu den Dorfbewohnern, Maik? Die laufen mitten auf der Straße. Hast du gesehen? Ja, zusammenfahren halt. Ja. Ist ja grauenhaft. Sag mal, hab ich ne Rundumleuchte drauf? Äh, ja. Die geht da? Geht die? Ich würde sagen, ja. Gut, perfekto. Jungs? Ja? Wo ist unsere Sehmaschine? Ja? Die stand dort, wo deine, wo dein Auto mal stand, hinten, bei dem Unterstand, hinterm, äh, Farmhaus. Okay. Da müsste auch, ich hab, äh, den Hof aufgeräumt, da müsste auch das Kalk schön an der Wand stehen. Ja. Siehst du sie? Ja. Ah, perfekto. Weil ich dachte nämlich, ich hätte die dort gesehen. So sieht's aus. Na gut, meine Lieben, aber wir sind schon für die erste Folge heute wieder, äh, durch. So schnell geht's. Ich freu mich natürlich, wenn ihr wieder ein Däumchen da lassen würdet. Und wenn ihr die ganze Sache hier wirklich, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Bock drauf habt. Äh, ich kann noch ganz kurz sagen, zu dem Verunglückt, ähm, das hat euch ja wirklich ziemlich gefixt. Also, es haben sehr, sehr viele gesehen, die Folge, ähm, ich zeig euch auch dann, was mit dem ganzen, mit den ganzen Sachen passiert ist. Ähm, wir konnten's jetzt bloß nicht weiter groß ausspielen, weil dann hätten wir noch viel mehr Leute dazu gebraucht. Wir hätten Polizei gebraucht und Krankenwagen und alles Mögliche haben wir jetzt hier in dem Projekt nicht. Und deswegen, äh, haben wir das jetzt so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, so ein bisschen plump vielleicht sogar ausgespielt. Aber, der Hänger ist weg, also der Anhänger ist weg und der Traktor ist, ja, beschädigt halt, ne. Deswegen, ähm, genau, schaut mal, wie das da weitergeht. Das wird, glaube ich, noch ganz interessant. Also, bis dahin, lasst ein Däumchen da, macht ein Abo an, wenn ihr neu seid und die Glocke auf aktiv und auch gerne einen netten Kommentar. Bis dahin sind wir erst mal raus. Ähm, ja, eure Family Crew. Macht's gut, tschüss und ciao. Tschüss und ciao.